Sollen wir die Decke unter dem Baum nehmen? Das ist am besten, oder? Weil der Nabel ist ganz schön. Der wurde nämlich gar nicht frisch geklopft. Der ist noch ein bisschen nass. Der ist noch ein bisschen nass. Der ist frisch geschlagen. Ach, die müssen übereinander. Hell? Der riecht noch frisch. War da noch was drin? Das mache ich jetzt ja auch so zu Hause. Der untere Teil ist super gewachsen. Werden wir den zweiten? Du hast die Spitze, oder? Ja. Ja, ich habe den zweiten. Dann muss ich das hier ein bisschen weiter machen. Aber ich komme gar nicht oben ran. Wie sieht das hier gleichmäßig aus hier unten? Der ist echt dicht. Das ist ja ein super Baum. Ich finde, du machst da eine Spitze drauf, ne? Ich gebe Räuberleiter. Guck mal an, von welcher Seite der am besten quatzen ist. Vorsicht, der ist sehr hoch. Der ist nix mehr. So sieht doch gut aus. Das ist klasse. Bist du zufrieden, Finn? Ja. Du müsstest es wissen. Hörtlich, glaube ich. Sehr zufrieden. Bis zum nächsten Mal.